Aus 100 Jahren Rundfunk. Radio. Ein verbrüffliches Lesebuch rund um das Radio. Mit neuen Episoden und jetzt auch in deiner Buchhandlung um die Ecke. Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg. Und wir sind hier mittendrin in unserem Radiotag und haben schon während der Musik so ein bisschen überlegt, was wir eigentlich Menschen empfehlen können, die vielleicht sozusagen auch in der häuslichen Umgebung eingeschränkt sind, im Sinne von, dass sie eben keinen Garten haben, wo sie rausgehen können oder eben keine große Außenantenne.